Musik Ey yo, ich war schon früher keine einfache Person Leichte Aggression, vergreift sich meist im Turm Dicker, quasi so wie jetzt auch, saß ich vor dem College-Blob mit Feuerrost am Netzau Ich hörte Sammy, als die Canucks auf Bushido waren In der Pent kein Penny, aber wollte für ein Mikro sparen Ich schrieb die Reime in mein Deutsch-Chef nieder Ich wollte Azad oder Saba schreien in Rollback-Lieder Damals wollten wir so leben wie bei Menace Damals kannte keine SZ, alle mannten mich nur Dennis Lauten Kippen von zu Hause, um zu kiffen in der Pause Wenn die Älteren uns packen, gab's noch richtig in die Schnauze Ja, so richtig was ins Met, Hip-Hop war kein Trap Hip-Hop war noch Rap, Hip-Hop war noch das, was mir alles gab Ausnahmslob, manchmal wär ich gerne wieder zurück auf mein Pausenhof Diese Zeit hätte er geschrieben, als er 16 war Heute ist alles scheiße, bis auf diesen 16a Als wir 16 waren, wollten wir noch hoch hinaus Zwischen Höhenflug und Drogenrausch Diese Zeit hätte ich geschrieben, als ich 16 war Heute ist alles scheiße, bis auf diese 16a Als wir 16 waren, wollten wir noch hoch hinaus Zwischen Höhenflug und Drogenrausch Ey, und mein Lehrer meinte damals, dass er über mich Buch führt Und dass er mich nicht mochte, ließ er mich immer gut spüren Der Hurensohn, was hat ich ihm bis dato getan? Dass ich seine Tochter fickte, war's danach Ich bin cool, ganz egal wer aufgemuckt hat Hatte keinen Bock auf Bullen mit dem Kraut im Rucksack War kein Außenseiter, aber auch nicht gerade beliebt Denn an einen Schuhen konnte man sehen, was dein Vater verdient Ja, vor Sido war's noch peinlich in dem Block zu wohnen Da konnte man gleich sagen, Digga, ich bin obdachlos Kurz danach wollten die Bonzen Kids in meiner Straße Fotos machen Doch die waren nicht gern gesehen, weil sie zu viel Kohle hatten Ihr macht immer einen Riesenbogen Und mein Viertel, jetzt holt ihr Drogen Und mein Viertel von den Polen Und mein Viertel stolz auf jeden Jungen vom Block, der das Abitur schafft Denn kämpft mal für was, was ein anderer von Geburt hat Diese Zeit hat er geschrieben, als er 16 war Heute ist alles scheiße, bis auf diesen 16a Als wir 16 waren, wollten wir noch hoch hinaus Zwischen Höhenflug und Drogenrausch Diese Zeit hat er geschrieben, als ich 16 war Heute ist alles scheiße, bis auf diese 16pa Als wir 16 waren, wollten wir noch hoch hinaus Zwischen Höhenflug und Drogenrausch Und wir haben Bis zum nächsten Mal.